Die McPherson Federbeinstütze ist geeignet für Getriebeheber mit einer Aufnahme von 30 mm und eignet sich hervorragend zum Abstützen von Federbeinen bei Achsarbeiten. Zu montieren ist die Federbeinstütze sehr sehr simpel. Ich entferne als allererstes den Sicherungsbügel, schiebe dann die Federbeinstütze unter den unteren Teller und verschraube dann die Sicherungsplatte wieder. So sieht das dann am Ende aus und somit habe ich mir einen zusätzlichen Haltepunkt geschaffen und kann alle Schrauben an der Achse lösen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017